Judy Bailey ist eine Weltmusikerin und eine Weltbürgerin. Ihre Musik führte sie in über 30 Länder auf allen Kontinenten. Sie sang für Papst Franziskus und drei Millionen Menschen in Rio, für Bundeskanzlerin Angela Merkel, ebenso wie für Obdachlose, Gefangene und Geflüchtete. 14 Alben hat sie schon veröffentlicht. Heute hören wir aus dem aktuellen Das Leben ist nicht schwarz-weiß, das Lied Things are Changing. Give it up for Judy Bailey! Things are changing And I'm wondering Oh, I'm wondering Things are changing And I'm wondering Where it will end There's no doubt time is rushing on Sometimes dragging us along To a new day As the future's unfolding It's a bit like going through a door But then can't get back to before Cause when you turn around Cause when you turn around The door had gone There was no returning There's no going back Keep your steps strong Pray your mind free Walk on Lean on the one That science can see I'll be trusting the Spirit I'll be trusting the Spirit in me I'll be trusting the Spirit in me Things are changing And I'm wondering And I'm wondering Oh, I'm wondering Oh, I'm wondering Oh, I'm wondering Things are changing And I'm wondering And I'm wondering Where it will end And now we live in different days There's a shifting in society Priorities are rearranged Let's bow our heads And ask for guidance God only knows what's going on And I have questions about it all But I still believe in the one That is there And he is not silent So light up our way As we stride ahead But we may long for the old Familiar precepts Let's be wise and resist What needs to be resisted And embrace what is progress In spite of the pain Things are changing And I'm wondering Oh, I'm wondering Things are changing And I'm wondering Where it will end There's no going back Keep your steps strong Pray your mind free Walk on Lead on the one That science can't see I'll be trusting The spirit In me Vielen Dank Dankeschön Judy, Patrick Ihr macht nicht nur Musik zusammen Ihr seid auch verheiratet Seit über 25 Jahren 25 Jahren? Ja, letztes Jahr 25 Wow Und ihr seid gemeinsam unterwegs Mit dem Album Mit dem Buch Das Leben ist nicht schwarz-weiß Was hat's damit auf sich? Worum geht's bei diesen Konzertlesungen? Ja, ich glaube Wir haben die Tendenz Dinge in Schubladen zu stecken Zum Beispiel Man sieht mich Und man sagt Ich bin schwarz Patrick Mein Mann ist weiß Aber eigentlich Wenn das so wäre Wäre unsere Kinder grau Und die sind garantiert nicht Und so Das Leben ist viel bunter Und das ist alles in dem Buch In Lesung, oder? Ja, es geht echt um Wurzeln Um Heimat Geschichten bei uns aus dem Dorf Aber auch so um Wurzelgeschichten Geschichten, die unsichtbar sind Auch Rassismus Nationalsozialismus Geschichten, die so 70 Jahre Natur waren, die man aufmacht Und man denkt so Okay Das ist, glaube ich Ein sehr, sehr persönlicher Abend geworden Und jedes Mal Total intensiv Wow Im ganzen Land unterwegs Also vielleicht Termine gibt's auf eurer Webseite? Genau Von Rügen bis Passau Sachsen Überall NRW Sehr spannend Blenden wir gleich ein Die Webseite Dankeschön Das war die Mondscheinshow Für diese Woche Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns nächsten Donnerstag Bis dahin Bleibt behüblich